Hallo, Salicante, Spanien, mit einem Meat Mountain Bike, was gar nicht das Meat Mountain Bike ist, was ich bestellt habe. Die Firma ist einfach nicht dahergekommen, hat mich dann woanders hingeschickt. Nach über einer Stunde hin und her habe ich jetzt zumindest ein ziemlich abgefucktes, aber zumindest irgendein Rad, mit dem ich jetzt die nächsten drei Tage unterwegs sein werde. Ansonsten Wetter, traumhaft, aktuell 16 Grad, es soll noch wärmer werden. Ich freue mich! Ja, viel zu heiß da. Der Dog Beach, das sieht man aber trotzdem keine drinnen im Wasser. Also irgendwie schaut das Fahrrad sowieso nicht aus wie das, mit dem ich heute durch die Gegend fahre, damit werde ich es halt ignorieren müssen, weil meine Strecke geht da eindeutig weiter. Jo, man kann sich nicht um alles kümmern. Ja, viel zu six Minuten, mehr zu knifbern. Verdammt, D量. 仔, ging Kristen, auf keinen Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist jetzt schon ein Teil der Burg Santa Pola. Sogar durchfahren. Sehr schön! Sogar durchfahren. Sogar durchfahren. Sogar durchfahren. Bis zum nächsten Mal. So, Ankunft beim Hotel mit Rad.